Kollege, ich muss jetzt echt bis zu deiner dummen Turmspitze hochgehen. Wo ist mein... Ich will speichern. Äh. Wo geht's denn jetzt? Aha, okay. Okay. Der neue Pfeilangriff ist gut. Ähm. Braucht nur etwas lang, bis er geladen ist. Die schießen zurück. Fickt euch. Ah, da flägt sein Ziel automatisch. Das ist gut. Und du rumpst gut rein, würde ich sagen. Also, bin zufrieden. Wo kommt denn das Gejaule die ganze Zeit? Was soll denn das? Ah, wir kommen schon in den Zweier. Sehr gut. Gar kein großes ungedumptes hier. Ah, wir müssen länger warten. Das Gespür brauche ich noch. Siehste? Das Gespür brauche ich noch ein bisschen. So. Also, wenn wir mal in die Wand dreschen. Hilft immer. Wer braucht meine Hilfe? So, äh, hoppla. Da hat's mir jetzt gerade ne Spieze hagelt. Aus Gründen. Gucken wir mal. Nochmal. Die Stelle kennt ihr ja. 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 Das ist natürlich immer die Frage, bin ich hier richtig unterwegs? Dann machen wir 10. Ja. Ja. Ja, der ist schon ziemlich geil, ne? Ich mag den sehr. Ja. Ja. ja man kann sich nicht beschweren hier Tüße öffnen Gucken wir mal Hallo Kommt ihr nach? Nein was ist denn jetzt schief gelaufen hier? Das läuft nicht hier Was war denn das jetzt? Fuck fallen, fuck fallen, oh scheiße, ist mir gerumst, äh hallo, oh ernsthaft, okay. Das war jetzt noch wichtig, ne Funzel hier, na komm schon, so, müssen wir hin, kriegen wir hin, nicht, falle, wortel, was zur Hölle, wie sie sehen, sehen sie nichts, kriegen wir das Gehalt, bitte? Ah, okay, das sind die Säge, wo ist denn Stufen hier? Ich werde euch fern, so. Ah, okay... Ah, hey... Wo sind wir denn eigentlich? Okay, dann werden wir einmal im Kreis. Das heißt, ich kann hier aber auf den Speichern nichts sagen. So. Gut. Dann sind wir einmal rum. Dann geht das Ganze weiter. Jetzt brauche ich eigentlich den Bräutinfunzelhahn jetzt noch? Erstmal nicht, ne? Dann wieder wegschicken. So. Dann haben wir uns hier wieder, die war ganz nützlich bisher. Habt ihr mich vermisst? Oh, ein bisschen. Ja, doch schon. Ja. Ja, doch, doch. Das war jetzt ein bisschen komisch, ne? Dass wir da die Raumzuordnung nicht checken. Weiter werdet ihr nicht kommen. Ich merke's gerade. Ich bewache diesen Hebel, mit dem sich das Tor öffnen lässt, das euch den Weg versperrt. Warum befinden sich Hebel für Tore eigentlich immer vor dem Gebiet, das durch das Tor geschützt werden soll? Als nächstes erzählt er mir bestimmt, dass die Schlüssel für die Türen in verschiedenen Kisten überall im Turm versteckt sind. Es gibt keine Schlüssel, nur Hebel. Und der Hebel ist hier, damit... Verdammt, ihr habt recht. Urteilt nicht so hart über euch. Ich erlebe das nicht zum ersten Mal. Viele Leute machen diesen Fehler. Ich kann euch gern von eurem Elend erlösen. Mal gucken. Dazu wäre es gut, wenn die anderen erstmal kämen. So wie es ausschaut, bewegen sich die anderen. Aber... Scheint noch etwas zu brauchen. Da müssten wir doch durch sein, oder? Autschi! Die gehen da drüben jetzt echt zum Fuß gerade, ne? Und wie halten die denn da aus, da unten? Okay, das war einer weniger. Ohne Roxy. Der kriegt ja noch ein extra Läckerli, ist klar, ne? Bin ich gut, oder was? Na, da kommt schon der erste Krug. Wer ist es denn? Ah ja, schön. Das ist so auch mal hergeschafft. Angriff! 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 Na komm, sei jetzt nicht dumm. So. Kommt der Rest dann auch mal nach. Das ist ja krass, oder? Weil diese eine Tür so komisch geskriptet ist. Was für ein Scheiß. Was ist mit denen hier eigentlich jetzt? Oh Gott, das wird nicht lustig. Das wird halt jetzt einfach nicht lustig. Wo bleibt sie denn? Ist die sich absichtlich Zeit? Uiuiui. Kommst du? Äh. Was macht die? Was war das denn jetzt? Danke. Das Problem ist, die rennen wir da jetzt alle rein. Die rennen wir da jetzt alle rein. Naja, komm, einmal durch. So, wenn ich den jetzt wenigstens mal casten kann. So, dann ziehe ich jetzt am Hebel. Und dann schauen wir, dass wir das Beste draus machen. Okay? Sind wir damit einverstanden, alle? Das ist schon heftig. Das ist schon sehr heftig. Ich will da auch sie halten. Wen soll ich einen Kopf kürzer machen? Ich kann es halt nicht. Ah, jetzt hat's halt. Oh, Rauks hier. Okay, die Divin ist einfach schneller als der Rest. Kommt ihr jetzt hier auch wieder nicht durch? Oh, Rauks hier. Ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Was ist das, was ich denn mal gezogen habe? Ich will das Licht aus. Die ist schnell genug. Die ist schnell genug. Die ist schnell genug. Die Kisten, wenn die eh schon so bewacht werden... Kiste... Ne... Hebel... Aber dieser Hebel macht nichts. Gut, dann tun wir mal so, als wäre das ein Hebel für nix. Hör mal auf. Die Türen hier sind echt nicht konzipiert. So richtig... Ordentlich für die Minions kommen die hier nicht so richtig durch, ne? Jetzt hängt wieder einer fest. Wer ist denn das? Ne, jetzt geht's wieder. Wir müssen... 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 Wir müssen...